Folge 2 Die noch wahnsinnigere Maut In welcher Eddie Malcolm kennenlernt. Oder ist es Sally? Als Eddie Dickens in die überdachte Kutsche vom wahnsinnigen Onkel Jack kletterte, stellte er fest, dass sie bereits besetzt war. In der Ecke streichelte eine ältere Frau ein Wiesel. Du musst Malcolm sein, sagte die ältere Frau mit einer Stimme wie eine Käsereibe. Nein, genau, Frau, ich heiße Edmund, sagte Eddie. Ich habe mit dem Wiesel gesprochen, raspelte die Frau und zog das Geschöpf näher an sich ran. Also? fragte sie und starrte das Tier an. Das Wiesel sagte nichts. Es machte keine Mucks. Die Frau ergriff es am Schwanz und hielt es empor, was in der Damalssprache so viel heißt wie in die Luft. Es war steif wie ein Brett. Bist du Malcolm? wollte sie wissen. Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde Eddie Dickens klar, dass die Frau komplett verrückt sein musste und das Tier komplett ausgestopft. Er nahm gegenüber der Frau Platz. Gib sofort den Platz zurück! kreischte sie. Eddie gab den Platz zurück und setzte sich hin. In diesem Augenblick steckte der wahnsinnige Onkel Jack seinen allerdünnsten Kopf zur Kütze herein. Kümmer dich gar nicht um sie. Sie ist völlig wahnsinnig! sagte er schroff. Wer ist sie denn, Sir? fragte Eddie. Sally, das Wiesel! sagte sein Großonkel. Hat sie ihren Namen von dem ausgestoppten Tier, das sie da umarmt? fragte Eddie. Ich spreche aber doch von Wiesel, du unverschämter Lauser! schrie sein Großonkel. Diese liebe Dame ist meine Gattin, die wahnsinnige Tante Maud, deine Großtante, und die ist ganz bestimmt kein bisschen wahnsinnig! Eddie's Gesicht wurde rote Beete rot. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Großonkel, stieß Eddie hervor. Und die Großtante ebenfalls, sagte er, und es war ihm schrecklich peinlich. Er hatte noch nicht einmal die Einfahrt seines Elternhauses verlassen, und schon war es ihm gelungen, große Tante und Großonkel zu kränken. Genug geschwätzt, sagte der wahnsinnige Onkel Jack. Ich verachte überdachte Kutschen und werde mich deshalb neben unserem Gespäck auf dem Dach festbinden. Wenn wir Schlimmes Ende erreichen, sehen wir uns wieder. Schlimmes Ende? Unser Haus, dein Haus, bis deine lieben Eltern von ihrem schrecklichen Gebrechen geheilt sind, erläuterte der wahnsinnige Onkel Jack. Eddies Großonkel kraxelte auf das Dach und Eddie konnte hören, wie er sich dort direkt neben Eddies Koffer festschneide. Fahr er weiter! rief der wahnsinnige Onkel Jack. Nichts geschah. Kutscher! wies er an. Fahr er weiter! Etwa da herum muss ihm eingefallen sein, dass sie keinen Kutscher hatten. Eddie konnte hören, wie er sich wieder losschnallte und über seinem Kopf über das Dach kraxelte, um auf den Kutschbockposten zu beziehen. Der wahnsinnige Onkel Jack machte ein seltsames schnalzendes Geräusch, das man manchmal hört, wenn jemand ein Pferd anschnallt, kurz bevor er mit den Zügeln schnallt und die Kutsche losfährt. Eddie dachte, er hätte sogar das Zügelschnallzen gehört, aber danach kam nur Stille, wenn man vom sanften Geplätscher der Regentropfen absah, die auf das ausgestopfte Wiesel fielen, welches seine Großtante aus dem offenen Fenster hielt. »Hattest du einen schönen Krieg, mein Lieber?« fragte sie Eddie. »Welcher Krieg soll das denn gewesen sein, Großtante?« fragte Eddie höflich. »In wie vielen Kriegen warst du denn?« fragte sie. »Bisher noch in Keimen,« sagte Eddie. Im Gespräch war sie so schwierig wie ihr Mann. »Dann sei auch nicht zu eigen!« erwiderte sie und zog das Wiesel zurück in die trockene Kutsche. »Hat Mikey, Mikey, du bist du gerannt? Hat den Tinky, Tinky gut gemägt?« »Kein Pferd!« rief eine Stimme, die Eddie als zu seinem Vater gehörig erkannte, obwohl sie noch gelber und welliger an den Rändern klang als gewöhnlich. Eddie stand auf und sah aus dem Fenster über die Einfahrt zu seinen Eltern, die vor der Haustür in ihrem Bett saßen. Das Wetter bekam ihren Bettzeug gar nicht gut. Die braunen Papiertüten waren von einem dunklen Braun und eindeutig durchgeweicht. Wenn seine Eltern noch sehr viel länger draußen blieben, dürfte ihre Bettwäsche bald zu Brei geworden sein. Eddie bezweifelte, dass sich Pappmaché mit Dr. Keks Behandlung vereinbaren ließ. »Kein Pferd!«, wiederholte sein Vater und deutete auf den vorderen Teil der Kutsche. Eddie kletterte hinaus, trat auf den Kies der Einfahrt und betrachtete die Kutsche. Das Problem war ganz klar. In der Kutsche saß die wahnsinnige Tante Maud mit ihrem ausgestoffenen Wiesel namens entweder Malcolm oder Sally, je nachdem, wem man glauben mochte. Auf dem Dach der Kutsche waren Eddies Koffer und die Familienporträts seines Großonkels, die er immer mit sich führte, und vorne auf der Kutsche war sein sehr dünner und sehr wahnsinniger, wahnsinniger Onkel Jack, Zügel in der einen Hand und eine Peitsche in der anderen. Aber das Problem war, und Mr. Dickens hatte das sehr treffend ausgedrückt, dass es K-E-I-N-P-F-E-R-D gab. »Dein Großonkel hat es auf dem Klo vergessen!«, rief Mrs. Dickens und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Wenn denn die ganze Wahrheit heraus soll, rief sie in Wirklichkeit, »Mein Großonkel habe ich auf dem Klo vergessen!«, weil sie eine ganze geschälte Zwiebel im Mund hatte. Ein Augenblick später führte der Hausbesorger des Hauses von Mr. Dickens das Pferd aus dem Haus und spannte es vor die Kutsche des wahnsinnigen Onkel Jack. »Danke, Daphne!«, sagte der wahnsinnige Onkel Jack. »Stets zu diensten, Sir!«, erwiderte der Hausbesorger des Hauses. Als Hausbesorger des Hauses wusste er, dass es ihm nicht zustand, darauf hinzuweisen, dass er eigentlich nicht Daphne, sondern Dawkins hieß. Nein, ihm stand ein großer Korb in der Küche zu, voller Papiertaschentücher, und er konnte nicht klagen. Mr. Thackerys Gutsbesorger des Gutes drüben auf dem kleinen Gutshof ging es viel schlechter. Er schlief auf einem kleinen Klotz hinter einer Kohlenschütte im Zeugzimmer. Dawkins hatte nicht die geringste Ahnung, was ein Zeugzimmer war, aber mal zu fragen war ihm auch noch nicht eingefallen. Nachdem nun das Pferd dort war, wo es hingehörte, fuhr die Kutsche an und es ging los. Eddie winkte aus dem Fenster seinen Eltern zu, bis sie nur noch kleine Punkte in der Ferne waren. Vielleicht gehörte dies zu ihrer Krankheit oder vielleicht hat es mit der Perspektive zu tun und damit, dass es eine sehr lange Einfahrt war. Ich finde, du solltest jetzt deine Kleidung ablegen, sagte die wahnsinnige Tante Maud, während die Kalesche durch die Ratschfurchen einer unbefestigten Straße holperte. Wenn Eddie Dickens vorher alles so peinlich gewesen war, dass er rote Beterot war im Gesicht, so weckelte er nun zu errötendem rote Beterot. Wie, bitte? sagte er und hoffte sich verhört zu haben. Hatte er nicht. Ich habe gesagt, ich finde, du solltest jetzt deine Kleidung ablegen, bestätigte sie. Äh, warum denn das, wahnsinnige Tante Maud? Erkundigte er sich so höflich wie möglich und wünschte sich, irgendwo anders auf der großen weiten Welt zu sein, als in einer Kutsche mit dieser Frau. Wenn du hier drin so dick eingemummelt bist, wirst du nichts mehr zum Anziehen haben, wenn wir aus der Kutsche aussteigen und dann wirst du frieren, sagte die wahnsinnige Tante Maud. Ich hätte gedacht, das wäre völlig einleuchtend. Aber bis dahin werde ich hier drin frieren, Großtante, beilte sich Eddie einzuwerfen. Großtante Maud starrte ihn feindselig an. Wenn Blicke töten könnten, hätte dieser in Ernsthaft verletzt. Hast du hier darüber nachgedacht, dir ein Schnurrbart stehen zu lassen? fragte sie plötzlich. Aber ich bin doch erst elf, protestierte Eddie. Still! schnappte die wahnsinnige Tante Maud. Ich habe Malcolm gefragt! Freundlich kraute sie das ausgestopfte Wiesel zwischen den Glasaugen. Das ausgestopfte Wiesel sagte nichts. Eddie fragte sich, wie er eine ganze Reise in derselben Kutsche mit dieser Irren überleben sollte. Immerhin schien sie Vergessen zu haben, dass er sich ausziehen sollte. Na los, los, junger Mann! sagte die wahnsinnige Tante Maud. Sofort runter damit! Eddie ächste. Um die Reise zu unterbrechen, hielt der wahnsinnige Onkel Jack an einem Ausspann an, der zum Ausspann hieß. Er befand sich in einem fantasielosen Teil der Gegend und den Ausspann anders als zum Ausspann zu nennen, hätte vielleicht sowohl die Einheimischen als auch die Durchreisenden verwirrt. Sowohl der Einheimische als auch die Einheimische waren erschienen, um die Reisegesellschaft zu begrüßen. Es waren Wirt und Wirtin Mr. und Mrs. Loaf. Beide zuckten mit keiner Wimper, als er den Unterhemd und langer Unterhose der Kutsche entstieg. Damals galt man, wenn man nur Unterhemd und lange Unterhose anhatte, als ausgezogen. Sehr viel nackter konnte man nicht werden. Wenn es damals Kinos gegeben hätte, die es damals nicht gab, und sie hätten einen Film gezeigt, in dem man am Strand vorgekommen wäre, der nur mit Unterhemd und langer Unterhose bekleidet war, so hätte das ein Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Männer mit langen Bärten hätten Barrikaden errichtet, und auf den Straßen wäre es zu Tumulten gekommen. Die meisten Menschen verbrachten ihr Leben ohne zu merken, dass man Unterhemd und lange Unterhose auch ausziehen konnte. Sie nahmen einfach an, das gehöre dazu, wie Fingerningel und Haare. Sie nahmen einfach an, diese Unterwäsche wäre ihre Haut, aus anderem Material hergestellt als Gesicht, Hände und Füße und mit Knöpfen dran. Wenn jemand nur mit Boxershorts oder Badehose erschienen wäre, hätte die Damenwelt Zustände gekriegt, und die Herrenwelt wäre vor Wut über diese Unanständigkeit explodiert. Was genau Zustände waren, ist unklar, denn so etwas wie eine Damenwelt gibt es nicht mehr und Zustände schon gar nicht. Zu Eddie Dickens Zeiten jedoch erschienen, wenn jemand Zustände kriegt, ein spitzer Schrei, eine Ohnmacht und ein Fallen auf den Erd- oder Fußboden, nebst einigen Zerknistern des Kleides, dazugehören. Nach einem solchen Zustand stand man einer Dame bei, indem man eine kleine Flasche mit dem Etikett Riechsalz unter ihrer Nase schwenkte. Mit den Zuständen starb auch das Riechsalz aus, und das Badesalz. Stattdessen verwendet jeder Schaumbad oder Duschgel, und das ist alles sehr interessant. Infolgedessen kam sich Eddie, als er vor dem Ausspannen zum Ausspannen aus der Kutsche stieg, so nackt vor, wie du dir vorkommen würdest, wenn du pudelnackt wärst, nur vielleicht deine Armbandtour umhättest, obwohl er mehr Kleidungsstücke trug als unser eins an einem normalen Tag am Meer. Deshalb erwartete er, dass beide Einheimischen, Wirt und Wirtin Mr. und Mrs. Love total schockiert wären, waren sie aber nicht. Dies ist der junge Herr Eddie, erklärte der wahnsinnige Onkel Jack, indem er vom Bock kletterte und sich neben seinem Neffen stellte. Lassen Sie ihn bitte in den Stall bringen und für uns zwei Zimmer herrichten, eins für mich und meine liebe Frau Gemahlin und eins für mein Pferd. Ihr steht zu Diensten, wahnsinniger Mr. Dickens, sagte Mrs. Love. Sie kannte den wahnsinnigen Onkel Jack offenbar gut, aber es wäre unhöflich gewesen, ihn wahnsinniger Onkel Jack zu nennen, weil sie nicht zur Familie gehörte. Bitte hier entlang, obwohl es mir wirklich lieber wäre, wenn Sie nicht bei uns abstiegen. Während Mrs. Love seine Großtante und seinen Großonkel und deren Pferd auf ihre Zimmer führte, wurde Eddie von Mr. Love in die Stallung gebracht. Hier drin schläfst du, sagte er. Es ist reichlich Stroh da und du wirst es warm und behaglich haben. Aber warum muss ich hier draußen schlafen, während das Pferd im Hotel schlafen darf? fragte Eddie und versuchte nicht zu jammervoll und hilflos zu klingen. Vielleicht kann sich dein Herr Onkel nur zwei Zimmer leisten, brachte der Wirt vor. Und darüber hinaus ist er schließlich komplett verrückt. Da ist was dran, nickte Eddie und bebte leicht. Weißt du was, junger Edmund, dein Großonkel bezahlt nie seine Rechnung, fuhr Mr. Love fort. Warum lassen Sie ihn dann hier übernachten? fragte Eddie. Naja, irgendwie zahlt er ja doch, aber nicht mit Geld, sagte der Mann. Er trug Eddys Koffer, den er jetzt auf einigen Heuballen ablegte. Er zahlt ohne Geld? fragte Eddie Dickens, öffnete rasend schnell seinen Koffer und zog das erste Kleidungsstück über, das er finden konnte. Es war einer von Dr. Keks, vom Kinn bis zur Zehe Leib- und Seelenanzügen, aus kratziger Wolle gestrickt, den einschließlich Hals bedeckte. Er kam sich gleich für weniger nackt vor. Womit zahlt er denn dann? Nun, vergewöhn' ich mit Trockenfisch, erklärte der Wirt des Ausspanns zum Ausspannen. Zwei Trockenseehechte pro Doppelzimmer und pro Nacht und einen halben Heilbutt pro Einzelzimmer. Ich hab ihn nie darum gebeten, den Fisch zu bezahlen und ich hab ihm nie gesagt, er könne den Fisch bezahlen, aber er bezahlt mal immer mit dem Fisch. Und was machen Sie mit all dem Trockenfisch? fragte Eddie, der auf seinem Koffer saß. Ich schicke ihm deinen Vater und da er meine Übernachtungspreise und den Ich-Tio- oder Fischologie-Kurs kennt, nach welchem sein Onkel zahlt, tausche er den Fisch in Geld um und weist mir den genauen Betrag an. Sie kennen meinen Vater? fragte Eddie aufgeregt. Er war erst einen halben Tag lang von seinen Eltern getrennt und vermisste sie bereits. Dies war erst das dritte Mal in seinem Leben, dass er von zu Hause weg war und es war ein seltsames Gefühl. Beim ersten Mal war er ans Meer geschickt worden. Das war von der Zeit, als er ein Jahr alt war, bis er alt genug war, in die Schule zu gehen. Beim zweiten Mal war es von der Zeit, zu der er alt genug war, in die Schule zu gehen, bis zu seinem zehnten Geburtstag. Kein Wunder, dass er in einem fremden Stall so seltsam war. Nein, ich hatte noch nie die Ehre, noch das Privileg, deinem Herrn Vater persönlich kennenzulernen, junger Herr Edmund, sagte Mr. Loaf. Aber wir stehen postalisch in Verbindung. Aha, sagte Eddie. Das würde die merkwürdigen Pakete erklären, die mein Vater so oft mit in sein Arbeitszimmer nimmt. Ich fand immer schon, dass sie nach Trockenfisch rochen. Sein Blick erhellte sich. Dein Blick hat sich gerade erhellt, sagte der Wirt vollständig und äußerst erstaunt. Nein, sagte Eddie. Das war nur eine Redewendung. Ich dachte, das hätte eher mit der Körper eigene Elektrizität zu tun, sagte Mr. Loaf. Damals wurde ganz allgemein ungeheuer viel Aufhebens um die Elektrizität gemacht. Dabei gab es noch gar kein elektrisches Licht, keine elektrischen Kühlschränke und keine Zitterahle. Letzteres war gelogen. Zitterahle gab es bereits damals eindeutig. Warum wir das so sicher wissen? Weil der wahnsinnige Onkel Jack, Mrs. Loaf, nach jedem Aufenthalt im Ausspann zum Ausspann eingetrockneten Zitterahltrinkgeld zusteckte. Wenn er etwas war, dann war er großzügig, so wie, wie Mr. Loaf zutreffend bemerkt hatte, komplett verrückt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 年z프� wassitzender Böckmann vom